Der Landkreis München ist mit rund 330.000 Einwohnern der einwohnerstärkste Landkreis im Freistaat Bayern. Er liegt in der Mitte des Regierungsbezirks Oberbayern und umschließt im Norden, Osten und Süden die Stadt München. Die größte Kommune des Kreises ist Unterschleißheim. Verwaltungssitz ist die Landeshauptstadt München, welche selbst kreisfrei und daher nicht Teil des Landkreises ist. Geografie Der Landkreis liegt im Wesentlichen in der Münchner Schotter-Ebene, die im Süden vom Hochufer der Isar durchschnitten wird. Der Landkreis grenzt im Uhrzeigersinn im Nordwesten beginnend an die Landkreise Dachau, Freising, Erding, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz, Wolfratshausen, Starnberg und Fürstenfeldbruck. Geschichte Auf dem Gebiet des heutigen Landkreises München bildete man ein 1803 DK-Sekunden-Landgericht München. Es war für das Münchner Umland zuständig. Für das Stadtgebiet gab es ab 1804 DK-Sekunden Stadtgericht München und ab 1809 wurde München zur kreisunmittelbaren Stadt mit einem eigenen Polizeidirektor. Stadt und Landgericht München gehörten zum Isarkreis der 1838 in Oberbayern umbenannt wurde. Bereits 1831 wurde das Landgericht München aufgeteilt. Es entstand das neue Landgericht Au. Nach der Eingemeindung von Au, Giesing und Heithausen in die Stadt München 1854 schuf man für die neuen Stadtteile das Stadtgericht München rechts der Isar. Aus dem bisherigen Stadtgericht München wurde das Stadtgericht München links der Isar. Gleichzeitig fand eine Umorganisation der Landgerichte des Umlandes statt. Aus dem Landgericht München wurde das Landgericht München links der Isar und aus den Restgemeinden des bisherigen Landgerichts Au das Landgericht München rechts der Isar. Aus diesen beiden Landgerichten gingen 1862 bei Trennung von Verwaltung und Justiz die gleichnamigen Bezirksämter hervor. Dabei wurden dem Bezirksamt München links der Isar auch das Landgericht Starnberg und dem Bezirksamt München rechts der Isar das Landgericht Wolfratshausen zugeteilt. Die Bezirksämter München links der Isar und München rechts der Isar wurden am 1. Januar 1880 aufgelöst und zwei neue Bezirksämter errichtet. München hier umfasste den Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichtes München II und München II umfasste die Zuständigkeitsbereiche der Amtsgerichte Starnberg und Wolfratshausen. Am 1. Oktober 1902 wurden schließlich das Bezirksamt München II aufgelöst und das Bezirksamt München sowie die beiden neuen Bezirksämter Starnberg und Wolfratshausen errichtet. Am 1. Januar 1912 wurde die bis dahin zum Bezirksamt gehörende Gemeinde Forstenried in die Stadt München eingegliedert. Am 1. April 1913 kam Mildbertshofen hinzu. Weitere Gemeinden folgten am 1. Juli 1913. Am 1. Januar 1930 wurden weitere Gemeinden in die Landeshauptstadt eingegliedert. Am 1. Oktober 1931 kam noch die Gemeinde Freimann hinzu. Am 1. April 1932 auch Trudering. Schließlich wurden mit Wirkung vom 1. Dezember 1938 der Landeshauptstadt weitere Gemeinden zugesprochen. Am 1. Januar 1939 wurde wie sonst überall im Deutschen Reich die Bezeichnung Landkreis eingeführt. So wurden aus den Bezirksämtern die Landkreise München, Starnberg und Wolfratshausen. Am 1. April 1942 nahm die Stadt München weitere Gemeinden des Landkreises auf. Im Rahmen der Gebietsreform kamen die acht Gemeinden Aget, Bayerbrunn, Dinghatting, Eichenhausen, Oberbiberg, Sauerlach, Schäftlern und Straßlach und das Gemeinde Freie Gebiet Deisenhofener Forst Süd des bisherigen Landkreises Wolfratshausen sowie die Gemeinde Helfendorf und das Gemeinde Freie Gebiet Hofholdinger Forst Süd aus dem Landkreis Bad Aibling. Am 1. Juli 1972 zum Landkreis München. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert waren immer wieder verschiedene Gemeinden in die kreisfreie Stadt München eingegliedert worden. Ansonsten blieb der Landkreis München in seinen bisherigen Grenzen erhalten. Einwohnerentwicklung zwischen 1988 und 2008 gewann der Landkreis München über 61.000 Einwohner hinzu bzw. wuchs um rund 24%. Seit 1970 hat sich die Einwohnerzahl sogar nahezu verdoppelt. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf den Gebietsstand vom 25. Mai 1987. Während früh die Einwohner ganz überwiegend katholisch waren sank der Anteil durch Zuzüge Andersgläubiger und Austritte bis 2013 auf ca. 43%. Wirtschaft, Wissenschaft, Infrastruktur. Unter Führing nahe den Fernsehstudios des Bayerischen Rundfunks in München Freimann ist ein Zentrum der Medienbranche. Die Max-Planck-Institute für Biochemie und Neurobiologie in Martinsried haben zahlreiche Ansiedelungen und Neugründungen von Biotech- und Pharmaunternehmen nach Planek gezogen. Im großen Gewerbegebiet Garching-Hochbrück gibt es bisher nur wenige, kleine Ausgründungen aus dem Garchinger Forschungscampus bisher überwiegt in Hochbrück die Autobranche. DAX-Infinin Neubiberg, MDAX Kabel Deutschland Unterführing, ProSiebenSat Media Unterführing, TechDAX ADVA Optical Networking Planek, Morphosis Planek, SDAX 6 Polach, CDAX Cash.Live Polach, Dr. Höhnle Grefelfing, Konstantin Medien Ismaning, Sanakorp Pharma Handel Planek, SFC Energy AG Bruntal, Süß Microtech Garching, Telegate Planek, Softing H, Wirecard Aschheim. Das Garchinger Hochschul- und Forschungszentrum ist der größte Campus der Technischen Universität München und Sitz vieler universitärer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Verkehrsgeschichte Die kreisfreie Stadt München, die der Landkreis teilweise umschließt, ist der größte Eisenbahnknotenpunkt in Bayern. Die Entwicklung begann im Jahre 1839 mit der Eröffnung der München-Augsburger Eisenbahn, die bald darauf Anschluss an die Ludwig-Süd-Nordbahn erhielt. Die staatliche Bayerische Maximiliansbahn stellte ab 1854 die Verbindung über Holzkirchen nach Rosenheim ins Voralpenland her. Ebenfalls nach Süden in Richtung Garmisch-Partenkirchen führte 1854 die Pasingstarnberger Eisenbahn. Die AG der Bayerischen Ostbahnen nahm 1858 den Betrieb von München nach Freising-Landshut-Regensburg auf. Die Verbindung nach Ingolstadt kam durch eine Strecke der Bayerischen Staatsbahn im Jahre 1867 zustande. Dann folgten 1871 die direkte Bahn nach Rosenheim über Grafing und die Linie nach Mühldorf. Die letzte Hauptbahn von München wurde 1873 in Richtung Geldendorf-Buchlohe erbaut. In den folgenden Jahren wurde das Netz verdichtet und durch Nebenstrecken ergänzt, so ZB, 1909 nach Ismaning. Die Lokalbahnaktien-Gesellschaft München eröffnete 1891, 92. vom Isartalbahnhof aus die Vorortbahn nach Wolfratshausen-Bechel, die schon vom Jahre 1900 an bis Höllregelskreuz-Grünwald elektrisch betrieben worden ist. Zahlreiche Ring- und Verbindungsbahnen entstanden im Stadtgebiet für den Güterverkehr. Etwa ab 1970 folgte der Ausbau der S-Bahn-Linien, deren Kernstück die Tunnelstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem Ostbahnhof durchs Stadtzentrum ist. Politik Landrat des Landkreises München ist seit dem 1. Mai 2014 Christoph Göbel. Er setzte sich mit 55,3% gegen die SPD-Kandidatin Annette Gansmüller-Maloche in der Stichwahl durch. Siehe auch, Kreistag der Kreistag setzt sich aus 70 Kreisräten und dem Landrat zusammen. Die Kommunalwahl vom 16. März 2014 ergab folgendes Ergebnis. CSU, 29 Sitze ZZGL des Landrats, SPD, 16 Sitze, Grüne, 11 Sitze, FW, 8 Sitze, FDP, 4 Sitze, ÖDP, 2 Sitze. Der Landkreis München ist in zwei Stimmkreisbezirke unterteilt. Der direkt gewählte Landtagsabgeordneter ist derzeit Ernst Weidenbusch. Der Landtagsabgeordnete Professor Dr. Peter Paul Gänzer wurde als Stimmkreiskandidat der SPD im Stimmkreis München Land Nord gewählt. Er gehört dem Bayerischen Landtag seit 1978 an und war von 2003 bis 2009 Vizepräsident des Bayerischen Landtags. Die direkt gewählte Landtagsabgeordnete ist derzeit Kerstin Schreier-Steblein. Die Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen wurde als Stimmkreiskandidatin der SPD im Stimmkreis München Land Süd gewählt. Sie ist seit 2008 Abgeordnete der SPD und zurzeit Generalsekretärin der Bayerischen SPD. Die grünen Landtagsabgeordnete Susanna Tausendfreund war von 1998 bis 2003 und von 2008 bis 2013 Abgeordnete von Bündnis 90 die Grünen im Stimmkreis München Land Süd. Direkt gewählter Abgeordneter für den Bundestag ist Florian Hahn. Über die Landesliste zog Toni Hofreiter in den Bundestag ein. Das Wappen des Landkreises München zeigt in gespaltenem Schild vorne die bayerischen Rauten in Silber und Blau, hinten von Schwarz und Gold geteilt belegt mit einem silbernen Wellenbalken. Das Wappen wird seit der ministeriellen Zustimmung vom 3. April 1957 geführt. Die Rauten stehen für die Wittelsbacher und für Bayern, Gold und Schwarz für die Stadt München. Der Wellenbalken symbolisiert den Fluss Isat, der den Landkreis durchzieht. Städte und Gemeinden Städte und Gemeinden des Landkreises vor der Gebietsreform 1971-78 still. Vor der Gebietsreform im Jahr 1972 hatte der Landkreis München 30 Gemeinden. Im Jahr 1900 waren es noch 47 Gemeinden. 19 dieser Gemeinden wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach München eingemeindet. Zwei Gemeinden wurden neu gegründet. Die Gemeinden, die es heute noch gibt, sind fett geschrieben. Der Landkreis München grenzte vor der Gebietsreform an die kreisfreie Stadt München und folgende Landkreise. Landkreis Freising, Landkreis Erding, Landkreis Ebersberg, Landkreis Bad Aibling, Landkreis Wolfratshausen, Landkreis Starnberg, Landkreis Fürstenfeldbruck und Landkreis Dachau. Sonstiges Kreisbehörde ist das Landratsamt München. Schutzgebiete Im Landkreis und der Stadt gibt es sechs Naturschutzgebiete und 13 Landschaftsschutzgebiete. Siehe auch, im Landkreis befinden sich fünf vom Bayerischen Landesamt für Umwelt ausgewiesene Geotope. Siehe auch, Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen M zugewiesen. Es wird durchgängig bis heute ausgegeben. Seit dem 10. Juli 2013 sind auch die Unterscheidungszeichen Naibi und WOR erhältlich.